herzlich willkommen zurück hier in minecraft so wir wollen jetzt mal wieder was erforschen wir werden jetzt wie letztes mal besprochen den traumostatischen das taumostatische geschirr komischer name ist aber so erforschen es ist jetzt wahrscheinlich sowas von kompliziert und schwierig das habe ich mir dann wieder vorgenommen man sollte vorher erst das meinten ja es ist nicht einfach also was haben wir wir haben mit feder weder ist luft luft ist eigentlich an sich ganz gut und bewegung haben doch keine luft doch luft haben wir viel bewegung ist ordnung und ordnung haben wir auch ein bisschen dann haben wir das hier ist bewegung und terra hier haben wir bewegung also wir können mit bewegung arbeiten viel und werkzeug ist ordnung also wir werden erstmal luft was auch noch luft kostet und billig ist wie der baum hier damit können wir einmal komplett durch so als nächstes möchten wir nach unten gehen da haben wir bewegung bewegung ist luft und ordnung und terra und weil der baum doch terra ist ne der ist hörbar hörbar ist terra ist notable jetzt hier eigentlich noch einmal hörbar nehmen ein paar So, das ist eigentlich sehr einfach gerade und jetzt hätte ich mir gar nicht so eine vorgestellt. Dann haben wir hier Bewegung, das heißt wir müssen auf jeden Fall an Bewegung enden, deshalb auch eine Bewegung. Bewegung hat ja wie gesagt Luft und Ordnung drin, dann nehmen wir einfach eine Luft, binden das noch mit einem Baum, haben das dann auch geschafft. War ja gar nicht so schwierig. So, was haben wir denn da Schönes? Ich möchte eigentlich jetzt auch mal kurz das Jetpack rausnehmen, glaube ich, das nervt doch gerade ein bisschen. So, wir haben erforscht dieses schöne Ding. Ein Gürtel, aha, 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 aha. Endlich hast du ein Geheimnis des Fliegens entdeckt. Du hast ein Geschirr kreiert, das sich mit taumatischer Energie am Taumnischen fällt, abstößt und so die Irreviation besiegt. Vielleicht spielen auch Quanten und Quark seine Rolle. Ungewöhnlicherweise wird das einzige Wiss, das für den Betrieb benötigt wird, während der Herstellung umzugefügt. Stattdessen ist der benötigte Treibstoff hohe Potentia. Rechtsklick einfach mit dem Geschirr im gefüllten Gläser einzufüllen. Aha. Okay. Also, damit kann man fliegen. Ist ja lustig. Drücke H, um das Geschirr zu aktivieren, um zu deaktivieren, während du es trägst. So lange es aktiviert ist, verbraucht es ständig Potentia. Es kann mit Hast verzaubert werden, um die Fluggeschwindigkeit zu erhöhen. Das Geschirr wird die Blockgeschwindigkeit nicht verringern, während du mit dem Fliegs... Ist ja cool. Das heißt, wir hätten gar kein Jetpack übernötig als Magier. Eher Potentia. Das ist sehr cool. Das heißt, wir brauchen hier ganz viele Federn, die ich farben darf. Also, die wir nicht auf jeden Fall mal aufladen haben, glaube ich. Weil das dauert aus der Ewigkeit. Wir brauchen Potentia, das ist das hier. Ich weiß gar nicht, woher man das bekommt. Können wir das hier so sehen? Äh... Ist das alt? Auch nicht. Wir brauchen Maschinen und Gitarreise. Gucken wir jetzt noch mal rein. Potentia, Maschinen und Federn. Um das zu sehen, musste man ja hier hingehen. Auf Aspekte. Tip, tip, tip. Potentia, Russ Potentia. Aber die Tereise. Oh, wir können Schienen treffen. Da können wir schon mal die Tereise rein. Ist schön. Maschinen, da können wir alles mögliche. Maschinen, da können wir Türen verbrennen. Ah... Druckknöpfe... Das ist nicht so schwierig. Potentia... Okay, Potentia wäre Kohle. Ja... Gut. Wir haben Kohle verbrennen. Mehr war das auch, glaube ich, gar nicht. Gerade auf Federn war das. Ach, ach, ach. Ach... Ach... Ne... Bogen. Ach, das ist dafür brauchen wir. Ach nee, wir brauchen eine Spinnenseite. Kann ich eine Spinnenseite farmen? Oder Federer haben? Kann man was Federer kriegen wollen? Ich habe natürlich keine Federer mit raus. Natürlich nicht. Auch das natürlich. Wir brauchen mehr Gläser. Wir brauchen Gläser. Ein Glas Scheiben. Ja. Wir brauchen noch Holz. Was wir nicht haben. Ich habe keine Ahnung. 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 Wunderbar. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich hätte da zuerst Holz werden. Holz. Und dann mal das. Sechs kleine Mannesölf. Wenn wir hier auch zu leer her schicken. Ich meine ich gar nicht. Und jetzt. Fünf Gläser erstmal. So. Wenn wir die drei Sachen noch gar nicht haben. Jetzt haben wir hier eine Pferde. Und Baum. Oh, was macht das? Nein. Scheiße. Sie sind in der Zeit. Ein Baum. 63.000 Euro. Ich muss jetzt hier drinnen. Federn hatten wir nicht mehr. Doch. Hat einen Federn. Das ist ja schön, haben wir noch ein paar Peler übrig. An der Seite ist hier Maschinen, haben wir auch noch ein paar übrig. Und Bewegung haben wir da auch noch, was mehr viel. Maschinen, Voltos, und hier ist die Auto-Pan. Und da habe ich jetzt gleich wieder Und hier Oh, jetzt war ich lieber Entschuldigung Er hat mich mal wieder übermannt Folgeklet hier Gut, wir haben keine Hunde, also Bestien angesackt Ja, hier war ein bisschen was von allen dreien drinnen Wir brauchten Schäfen vor allem zum Kann ich erst mal Schienen Okay, dieses Lied scheint eine sehr lange spannende zu haben, wo es dauert bis zum nächsten Anläuft 30 Sekunden noch So Und wir noch kurz ein bisschen helfen, wa? So So Wer haben wir denn? Wir haben ein 17 Stück schon Wie viel brauchten wir? Wir brauchen 16 Das reicht 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 35 34 64 Am sondern hier 34 35 35 35 35 45 35 47 Druckklasse, darfst du nur in Druckklasse, was war das, G, F, K, 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 Dox... Das ist sicher, sehr verwirrend. Eisen haben wir noch drin. Eisen hat ein Stück tir. Passt nicht mehr so viel rein, das Eisenglas. Oder? War doch gerade so. Da hab ich 3 Sachen drin. Da haben wir wieder mehr Farben. Da haben wir auch dieses blaue Zeug. Ne, auch nicht. Das heißt, wir brauchen wieder neue Gläser. So, wie wir die neuen Gläser bauen und was wir irgendwann mal hier bauen werden, ein Fluggerät ohne zu jetpacken wäre doch wunderbar. Das haben wir dann vielleicht schon in der nächsten Folge. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht und tschüss.